Von allen 18 damaligen Erstligisten, alle wollten mich haben. Und ich habe mich am Ende dann für Bayer Leverkusen entschieden. Andreas Rettig, damaliger rechter Hand von Rainer Kallmund. Nach dem Spiel so eine Visitenkarte und sagt so, hier, ich mache das heimlich, weil hier sind viele Scouts, die sind wegen dir da und die sollen nicht sehen, dass wir den Hut auch in den Ring werfen. Meld dich mal, der Rainer Kallmund, der ist im Hotel. Ich habe so geguckt, gucke ihn so an, nick so, habe die so knüllt so und habe so runtergeworfen und bin weitergegangen. Als ich aus der Kabine dann rauskomme, stand der Rettig da mit der zerknüllten Karte und sage dann so zu mir so, du, Andreas, die Karte, die ist dir vorhin aus der Hand gefallen. Ich wollte sie dir wiedergeben. Der wusste aber genau, dass du sie eigentlich weggeschwissen hast. Und er hat es halt so cool rübergebracht. Also nicht so von wegen, ey, warum hast du die zerknüllt und weggeworfen, sondern er hat es so geschickt verpackt. Das fand ich so gut und war so der Beginn, warum ich überhaupt diese Partie dann für Leverkusen hatte.